Wenn ihr gerade euer bestes Stück aus dem Wasser gezogen habt und die erste Panikattacke verschwunden ist. Mal tief Luft holen, wir schauen uns hier am Beispiel des Galaxy S6 Edge an, was meiner Meinung nach das ist, was ihr jetzt tun solltet. Das allererste ist natürlich das Ding erstmal oberflächlich trocknen und dann, das mag euch überraschen, die Ports aussaugen. Alle anderen Tipps gelten eigentlich auch für alle anderen Handys, aber wir machen es jetzt mal konkret an diesem Beispiel. Falls möglich, das geht natürlich jetzt beim S6 Edge nicht, nehmt den Akku raus und die SIM-Karte, völlig klar. Falls ihr es zerlegen könnt, umso besser. Warum sage ich jetzt, ihr müsst die Ports aussaugen? Wir gucken uns hier mal den SIM-Karten-Slot an. Links oben, das ist dieser Slot mit dem roten Punkt, der rote Punkt sagt dem Service, dass Wasser da reingelaufen ist. Und das sieht dann so aus, das sind diese mineralischen Ablagerungen, die sich bilden. Wenn Wasser euch da reinkriecht und es kriecht dann leider auch munter durch das ganze Gerät, fängt dann an Oxidationen auszulösen und Ablagerungen zu bilden. Deswegen bringt euch euer Sack Reis, in den ihr das Ding reinschmeißen wollt. Nur bedingt etwas, weil wenn das Wasser schon mal reingekrochen ist, ja bleiben die Ablagerungen trotzdem drin. Die gehen dann nicht mehr raus. Meine Meinung nach ist es besser, eben mit dem Aussaugen anzufangen. Hier unten ist der USB-Port und daneben eben dann der Kopfhörer-Port. Und wenn ihr die aussaugt, vorsichtig bitte, dann hindert ihr eben möglichst viel Wasser daran, noch weiter hinein zu dringen. Seid so ein bisschen vorsichtig, weil von dem USB-Port sieht man jetzt auch wieder und eben oben von dem SIM-Karten-Slot, da führt der Weg auf die Hauptplatine. Und wenn das Wasser mal in die Hauptplatine wirklich reingekrochen ist, die wir jetzt hier gerade sehen, dann ist noch nicht Game Over. Aber ich werde euch zeigen, was man dann machen kann. Aber dazu müssen wir das Ding halt erst einmal zerlegen. Und dann könnt ihr, wenn ihr schnell seid, meiner Meinung nach das Gerät retten. Aber lasst bitte schön den Sack Reis zu Hause. Und wenn es geht, auch auf jeden Fall den Sack Salz. Das ist ja der dämlichste Tipp, den ich je gelesen habe. Das Gerät in ein Sack mit Salz zu und Salz. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Beim Auseinanderbauen, das gilt jetzt für fast alle Geräte. Ihr braucht einen Haartrockner, Föhn und einen Saugnapf. Ich habe das hier schon vorbereitet, weil ich hatte es schon zerlegt, als mir das aufgefallen ist. Ihr müsst eben das Gerät an den Seiten gleichmäßig erhitzen. Das ist ein bisschen eine Fleißaufgabe. Immer wieder so im Kreis herumfahren, dann müsst ihr einen Saugnapf haben. Und ihr braucht einen dieser Gitarrenpicks. Das wäre das allerbeste, wenn man das zu Hause hätte. Kein Witz, ich habe ein paar gekauft. Davon ist beim Geöffnen von Gehäusen immer sehr geschickt. Ja, dann macht ihr eben das Ding heiß, hebt es immer wieder an und fangt an, wenn sich der erste Spalt bildet, das aufzumachen. Man muss ein bisschen vorsichtig sein und vielleicht ein paar Tutorials gucken. Das Tutorial ist ja nicht jetzt primär gedacht, um das Gerät zu öffnen. Das ist jetzt hier etwas vereinfacht. Dann habt ihr, ich glaube, 13 Schrauben oder 12 Schrauben, die rauskommen. Dann, natürlich braucht man auch einen passenden Schraubendreher dann dafür. Und dann kommt diese Rückwand raus, die enthält als die Knöpflees und kontaktiert dann mit der Hauptplatine. Und als allererstes den Akku diskonnekten, egal bei welchem Gerät. Auf Buzzer, da ist halt immer noch Energie dahinter. Dann in dem Fall meistens die HF-Verbinder diskonnekten. Das hat Samsung eigentlich so gemacht, dass man es ganz gut hinkriegt. Man kommt ganz gut hin. Eben hier der zweite HF-Verbinder. Und das Ziel ist jetzt gerade, dass wir die Hauptplatine trennen, also raustrennen. Jetzt hier alle möglichen Platinen-Steckverbinder. Ihr müsst euch nicht unbedingt merken in dem Fall, welche wo ihr hinkriegt, weil ihr werdet es nicht woanders hinkriegen. Die clipsen relativ gut aus. Ja, da ist jetzt noch der Platinen-Steckverbinder unten rechts. Wir müssen ein bisschen aufpassen auf die Kameras. Da ist die Selfie-Kamera, nenne ich sie mal. Dann eben die Lautsprecher-Einheit mit. Ich glaube, da bin auch Richtigungs-LED. Jetzt geht das Ding jetzt auch recht gut raus. Keine Probleme. Und jetzt kommt etwas für die Harten unter euch. Denn das Beste ist eigentlich, das Zeugs in Alkohol zu legen. Alkohol verdrängt das Wasser und entfernt die meisten auch Verunreinigungen dann noch. Das muss man sich trauen. Hier in dem Fall habe ich noch die Kamera drin. Das ist eine dumme Idee, weil der Alkohol in die Kamera reinkriegt und auch einige Kunststoffarten angreift. Nicht das ganze Gerät reinschmeißen, wenn euch das zwischen Display und Hintergrundbeleuchtung kriegt. Ganz dumme Idee. Ich habe da noch für die Harten unter euch das vorbereitet. Ihr könnt mit der elektrischen Zahnbürste da noch Beläge wegmachen. Dazu kommen wir später, wo die Beläge herkommen könnten. Hier nochmal die Hauptlatine im Großformat. Da jetzt schon ein bisschen gereinigt. Ihr seht jetzt auf der Unterseite den SIM-Karten-Slot. Dann alles mögliche Digitalgedöns, an dem wir hoffentlich nicht rumfummeln müssen. In dem Fall würde ich da eh nicht mal dran rumfummeln. Das ist eh klar. Das Gerät ist leider dead on arrival. Unten zeigt es euch noch. Ach, ich zeige es nach oben. Da ist dann die Kamera jetzt gerade gewesen. Hier ist der Power-Teil. Also ich habe jetzt hier die Abdeckung von dem Power-Regel-Chip entfernt. Weil leider, wenn Wasser reingeht und sich kurzschluss im Gerät bilden, geht gerne dieser Chip hops. Ihr möchtet den aber nicht wirklich wechseln. Das sage ich euch gleich. Deswegen solltet ihr möglichst schnell sein, damit ihr diese Aktion nicht machen müsst. Die gesamte Hauptplatine wechseln kostet Stand Mitte 2017 159 Euro. Also die reine Platine. Hier oben ist dann der Batterieanschluss. Deswegen ist hier alles mögliche andere natürlich, was wir jetzt unter dem Mikroskop gleich sehen werden. Defekt. Hier jetzt mal diese Pampe, die ihr seht, wenn das Ding eine Weile wohl furcht gewesen ist. So ganz klar ist es nicht. Man kann das mit der Pinzette, das ist eine sehr spitze Pinzette. Ihr habt ja jetzt die Größenordnung noch ungefähr im Kopf. Etwas wegdrücken ist aber natürlich keine dauerhafte Lösung. Das ist bloß so zum Vergegenwärtigen, dass das mehr ein Schlunz ist, würde ich mal sagen, der da leicht getrocknet ist. Keine Ahnung, wie jetzt der entsteht. Ob das wirklich nur aus dem Wasser Ablagerung kommt oder auch Dreck ist, der jetzt dann da reingespült ist. Ich habe keine Ahnung. Hier noch eine andere Stelle. Wir kommen jetzt auch gleich zum wichtigsten oder beeindruckendsten Teil. Ach so, das ist jetzt noch der Kontakt. Da sieht man auch drum herum, dieser weiße Belag, der gehört da nicht rein. Jetzt sind wir hier beim Stromanschluss. Da ist ja auch natürlich dauernd Spannung drauf. Also das Wasser mit den verschiedenen Metallen zusammen kann lustige Reaktionen machen. Dieser ganze Dreck hier ist übel und ist möglicherweise auch unter den Chip gekrochen. Das ist scheiße bei diesen Ball Grid Airways. Ich habe jetzt hier mit dem Q-Tip und Alkohol das versucht, weil ich das, die Mikroskopaufnahme gemacht habe, bevor ich das unter Alkohol gesetzt habe, das Teil. Bitte immer aufpassen, dass die Kunststoffe, wie schon gesagt, alkoholempfindlich sind. Manche Hersteller haben auch die Platinen teilweise tauchlackiert, damit eben die Feuchtigkeit nicht elektrolytisch dann so arg anfängt hier zu arbeiten und nicht unter die Chips kriegt. Hat jetzt halt Samson Neckmacht hier habe ich es dann noch versucht, mit einem kleinen, ja, was ist denn das eigentlich, Küchenrollenstück und so weiter sauber zu machen. Das wird auch sogar einigermaßen sauber. Leider hat es in dem Fall das Gerät nicht mehr gerettet, muss ich euch dann auch sagen. Der Akkuanschluss, ihr seht, um den Stecker rum, Ablagerungen. Passt ein bisschen auf, weil Alkohol, Pinzette, Akkuanschluss, Spannung, Funken. Ihr könnt, glaube ich, das bis zu Ende denken. Ist gefährlich, solltet ihr natürlich alles, was ich hier zeige, nur dem qualifizierten Fachmann überlassen, weil ihr könntet natürlich sterben, wenn ihr es falsch macht. Also nett nachmachen. Auf der anderen Seite der Platinen habe ich euch nicht gezeigt, wie jetzt der SIM-Karten-Slot jetzt in groß aussieht. Das ist jetzt noch die ungereinigte Variante mit den ganzen Ablagerungen und dem ganzen Mist. Hier jetzt noch ein Teil einer Steckverbindung. Da merkt man dann schon, dass diese Ablagerungen mit Alkohol auch nur noch ganz schwer weggehen. Allerdings habe ich jetzt den Rat, den einige in irgendwelchen Foren vertreten, jetzt da mit Säure anzufangen. Das habe ich jetzt in den Wind geschrieben. Wenn ihr richtig mutig seid oder richtig verzweifelt, was manchmal das Gleiche ist, könnt ihr das probieren. Ist nicht ganz unkritisch. Also der super Tipp, nehmt entweder ein wasserdichtes Handy oder schmeißt es gar nicht ins Wasser. Oder wenn es euch doch passiert, ist es möglichst schnell raus. Saugt alle Ports aus, soweit es geht, ohne das Gerät zu zerstören natürlich. Und ohne die SIM-Karte oder durch die SIM-Karte und so weiter vorher rausnehmen. Ist klar, die Karten. Und wenn ihr es nicht zerlegen wollt, bringt es einen trockenen Platz. Am besten mit so einem Beutelchen, mit so diesem Silka-Gel, kleinen Beuteln, die bei der Elektronik immer dabei sind. Dann könnt ihr wenigstens die Flüssigkeit langsamer rauskriegen. Aber die Chance ist gut, dass das Gerät dann auch mit einer gewissen Verspätung kaputt geht. Passt auf, wie gesagt, Alkohol nicht ins Display bringen. Deswegen muss das Gerät zerlegt werden. Nicht in die Lautsprecher. Am besten nicht auf die Oberfläche. Das Ganze ist höchst kritisch. Wasser und Elektronik ist aber leider immer kritisch. Sau blöd. Hier jetzt nochmal das Bild des Stromanschlusses. Vorher, bevor ich überhaupt was gemacht habe, etwas hochauflösender als vorher. Und jetzt dann noch das Bild. Nachher sieht es schon viel besser aus. Sorry, weiter konnte ich euch jetzt nicht helfen. Wenn das irgendwie für euch hilfreich war, jetzt kommt der Werbeblock, der kleine. Abonniert doch den Kanal, das wäre nett. Hinterlasst vielleicht ein paar Kommentare. Daumen nach oben sind auch nett. Und wer so richtig helfen will, unten in der Videobeschreibung sind Amazon Affiliate-Links. Ihr könnt draufklicken, irgendwas anderes kaufen, egal auf welchem Produkt ihr da landet. Ein Teil von dem Umsatz geht dann auf mich. Es wird dadurch für euch eine Teure. Das ist sozusagen eine Win-Win-Situation. Also, dann bis zum nächsten Mal. Servus.